Hallo, viele Grüße aus London beim Shooting für das neue Frühsport. Als Kölner stehe ich natürlich voll hinter dem Produkt. Wenn ich ein Produkt wäre, dann ein Frühsport. 100% Heimat, erfrischend und 0% Alkohol. Der Zitronenmix ist übrigens nicht nur für Sportler, sondern auch für Kameramänner. Probiert es einfach mal. Es ist gesund und schmeckt wirklich lecker. So, alles im Kasten. Was macht ihr eigentlich alle da? Bis zum nächsten Mal.